Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Verglichen mit anderen Lebensmitteln sind die Eier auch heute noch besonders günstig und erlauben vielseitige und abwechslungsreiche Zubereitungsarten. Neu finden Sie bei uns jetzt in der Deutschschweiz Naturaplan-Eier aus Auslaufhaltung und mit Leggedatum. Und Auslaufhaltung bedeutet, dass angeborene Verhalten der Tiere berücksichtigt wird. Das heisst, jedes Huhn kann wählen, ob es sich lieber im Stall aufhalten möchte, unter einem deckten Vorplatz, der bei Regenschutz bietet, oder unter freiem Himmel. Das Futter ist nach der GOB-Naturaplan-Richtlinie zusammengestellt und enthält keine künstlichen Farbstoffe, kein Fischmehl oder kein Fischöl. Je nachdem, ob das Huhn mehr innen oder draussen war, ob es viel Gras gefressen hat und weil man auf künstliche Farbstoffe verzichtet, können beim Dotter unterschiedliche Farbtöne auftreten. Ein GOB-Naturaplan-Eier ist halt eben noch ein echtes Naturprodukt und gleicht nicht wie ein Ei am anderen. Und damit Sie die Frösche jederzeit überprüfen können, ist auf jedes einzelne von den Naturaplan-Eiern das Leggedatum aufgedrückt. Die Zahl, die ebenfalls noch aufs Ei aufgedrückt ist, ist ein Code und gibt Auskunft über den jeweiligen Lieferanten. Und bei diesem werden dann durch unsere Einkäufer regelmässig Stichproben und Kontrollen durchgeführt. Auch das ist eine weitere Massnahme im Dienst der Qualitätssicherung. Mindestens zwei Liter Trinken pro Tag, das empfiehlt die Ernährungswissenschaft. Und da trifft es sich ausgezeichnet, dass wir Ihnen diese Woche verschiedene Getränke zum Aktionspreis anbieten können. Mit dabei sind auch das Citro, das Orange und das Grape Light. Die kalorienarmen Getränke, die auch für Diabetiker unter Anrechnung geeignet sind. Neu werden die fruchtigen Getränke in einer 1,5 Liter Mehrwegflasche abgefüllt. Das bedeutet mehr Inhalt für das gleiche Gewicht. Und bei dieser Gelegenheit hat man auch gerade die Rezeptur nochmal überarbeitet und den Fruchtgeschmack gerade nochmal verbessern können. Die Getränke sind also noch aromatischer und noch harmonischer geworden. Mit der neuen Qualität, volles Aroma, bietet Ihnen Nescafé Gold das volle Aroma von frischgeröstetem Kaffee. Entdecken Sie die neue Qualität, volles Aroma von Nescafé Gold. Diese Nummer zaubert Ihnen gratis ein Probierglas ins Haus. Genießen Sie den einzigartigen Geschmack, der sich in der Tasse voll entfaltet. Das neue volle Aroma von Nescafé Gold. Alle Varietäten vom neuen Nescafé Gold, volles Aroma, offerieren wir Ihnen diese Woche zum einmaligen Degustationspreis. Für unsere Rubrik Test haben wir das mal den Mitgliedern der Coop-Konsumenten-Jury, der Dritt-Welt-Honig-Cooperation Max Havillard, zukommen und haben Sie nach Ihrer Meinung zu diesem Produkt gefragt. Und wie immer möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein paar von den häufigsten Meinungen nicht vorenthalten. Bei allen Testpersonen ist zuerst einmal die Idee, dass man die Imker in Mittelamerika auf diese Art unterstützt, positiv aufgenommen wurde. Recht viele Konsumenten sind sogar der Meinung, dass der Honig eigentlich noch fast ein bisschen zu günstig sei. Und sie sind gern bereit, zugunsten dieser Imker noch ein bisschen mehr zu zahlen. Beim Geschmack und bei der Süße gibt es natürlich wie immer verschiedene Meinungen. Was am einen zu viel ist, ist am anderen zu wenig. Der Grund dann aber ist durchweg positiv. Zum Glück sind auch beim Honiggeschmecken verschieden. Einige Konsumenten hätten den Honig lieber ein bisschen fester gehabt. Die Einkäufer haben mir aber gesagt, dass das ausschliesslich vom Wetter, vom Klima und von der Herkunft in Mittelamerika abhängig sei. Honig ist halt eben ein echtes Naturprodukt. Der dritte Welthonig-Kooperation kommen wir Ihnen aus verständlichen Gründen nicht zum Aktionspreis anbieten. Dafür aber sonst eine ganze Reihe von Produkten, die Sie bestimmt gut brauchen können. Alle Wack-Kaffee-Jubilor im 500-Gramm-Beutel sind jetzt 1.60 bis 2.00 Franken günstiger. Die Jubilor Classico gibt es für nur 3,90. 500 Gramm Rauchbrot kostet nur 1,30. Und zweimal 5 Kilo Biancomat kommen Sie über für nur 19,80. Ausserdem offerieren wir Ihnen zwei T-Shirts für Damen oder Herren für nur 15 Franken. Und hier noch der Gobe-Preisabschlag. 300 Gramm geschnetzelte Pouletbrust von Goldstar kostet nur noch 4,30. Und auch im Gobe-Restaurant können Sie diese Woche wieder ein besonders günstiges Menü essen. Das Rindfleisch Sechuan mit Glasnudeln für nur 9,50. Soviel für heute aus dem Gobe-Studio. Wenn auch Sie schöne Geranien lieben und den Frühling erwarten, dann freuen wir uns jetzt schon auf den nächsten Mittwoch. Bis dann, auf Wiedersehen.